In diesem Video sprechen wir darüber, was Top-Schüler von Durchschnittsschülern wirklich unterscheidet. Willkommen zurück, Oberschulenschüler. Hier ist Leo Ecke, der B2-Coach. Und in diesem Video möchte ich mal darauf eingehen, was unterscheidet diese Top-Schüler wirklich von den Durchschnittsschülern. Und das soll meiner Meinung nach jetzt überhaupt gar nicht wertend sein. Ich persönlich sage immer, mir ist grundsätzlich erstmal egal, welche Person welche Noten schreibt. Weil ich bin weder der Meinung, dass Noten ein Zeugnis von Intelligenz sind, noch ein Zeugnis von wie viel irgendjemand wert ist, sodass es einen irgendwie zu einer besseren Person macht, eine bessere oder eine schlechere Note zu schreiben. Sondern meiner Meinung nach ist die Noten grundsätzlich erstmal komplett wertfrei. Aber was einfach Fakt ist, wenn du in der Schule bist, dann möchtest du ja meistens auch deinen Job einfach wirklich gut machen. Die Schule ist dann nun mal dein Job in dieser Zeit. Und dann müsstest du ja auch möglichst gute Noten haben. Und oder du willst natürlich auch danach alle Türen feiern, drei halten, bist aber stolz, sind auch die Leistungen, die du erzählst. Und gegebenenfalls eben auch einfach einen richtig guten Schritt schaffen, um eben auch zu deinem Wunschstudium zugelassen zu werden. Und genau da, ja, genau da ist natürlich wichtig, einfach mal zu verstehen, was unterscheidet denn diese Schüler, wo du das Gefühl hast, hey, die machen immer ihre Hausaufgaben, die melden sich in jedem Unterricht, sagen immer was Gutes, sind bei den Klausuren top vorbereitet, wissen alles, verstehen alles, schreiben top Noten, haben super Lehrerverhältnis. Was macht dieses Schüler aus? Und was unterscheidet sie vielleicht von den Durchschnittsschülern, wo man vielleicht sagen würde, ja, wo vielleicht du dich wieder drin siehst. Ja, vielleicht siehst du dich aber auch in den Top-Schülern drin, aber machst dir super viel Stress. Und auch da, für mich machen Top-Schüler nicht nur der Notenschnitt aus, sondern auch, dass er ruhig ist, ja, dass er auch, wie soll ich sagen, einfach auch sein Leben innerhalb der Oberstufe genießt. Ich zum Beispiel, gerade so, als ich dann in der 12., Ende der 12. richtig verstanden habe, natürlich auch bei den Abiturprüfungen dann, woraus wirklich ankommt in der Schule, ich dann richtig gute Noten geschrieben habe, da hätte man von den Noten her auch sagen können, dass ich ein Streber gewesen wäre. Aber von der Art und Weise, wie ich gelebt habe, war ich das Letzte von dem Streber, ja. Weil ich einfach wusste, woraus es ankommt, um in der Oberstufe von dem Abitur sehr gute Noten zu schreiben, habe mir aber nie einen Stress gemacht, ich hatte immer Spaß an der Schule. Versteht ihr, was ich meine? Also nicht nur auf der einen Seite sozusagen, hey, ich bin jetzt, ihr schreibt irgendwie super Noten, sondern auch, ich genieße mein Leben, hab Spaß an der Schule und all solche Punkte und bin ich die ganze Zeit gestresst und lässt sich unter Druck. Ja, das sind Leute für mich auch Top-Schüler. Deswegen, wo auch immer du merkst, okay, da trifft auf dich nicht Top-Schüler zu, dass du da überlegst, okay, was kannst du dir da vielleicht auch noch mehr abschreiben. Jetzt aber erstmal mehr in Bezug auf die Noten. Was unterscheidet die Schüler, die wirklich einfach richtig gute Noten schreiben, von denen, die vielleicht, sag ich so immer so 6, 7, 8, 9, 10, 11 Punkte vielleicht haben, und die, wo du so das Gefühl hast, du vielleicht selbst das Gefühl hast, ich würde irgendwie gern mehr, aber ich weiß gar nicht, wie ich da hochkommen soll. Ja, und das ist schon der erste wichtige Punkt. Die Top-Schüler wissen, was es braucht, um auf diesem hohen Level dauerhaft zu performen. Ja, die wissen ganz genau, was es an Vorbereitungszeit benötigt, die wissen ganz genau, was es an Lernstrategien Sinn macht, und die haben auch einfach die Bereitschaft, auf diesem Level zu agieren. Ja, und diejenigen, für die 13, 14, 15 Punkte, für diejenigen, für die das ein bisschen befremdlich ist, die sich nicht so mit diesen Noten, Punkten, wie soll ich sagen, identifizieren können, für die ist es meistens so, dass diese Zahlen wirken so ein bisschen, oh, das wäre voll heftig, wenn ich das mal schreiben würde. Das heißt, was ich ganz stark feststelle, ist, dass eine extrem große Differenz in den Standards ist. Ja, ein Top-Schüler, wenn der 13 Punkte schreibt, denkt er sich, damn, was hätte ich besser machen müssen, um 14, 15 Punkte zu schreiben. Ein Durchschnittsschüler, wenn der 11 Punkte bekommt, sagt er so, oh, gut. Und das ist grundsätzlich auch erstmal vollkommen in Ordnung, nur musst du auf psychologischer Ebene verstehen, wenn du dir bei 13 Punkten die Frage stellst, was hätte ich noch besser machen können, um 14, 15 Punkte zu schreiben, natürlich wirst du in der nächsten Klausel, in der nächsten Mitarbeit, wieder einen Ticken besser sein, weil du dich immer weiter pushst, was kann ich noch besser machen, was kann ich noch besser machen. Auf der anderen Seite, wenn du bei 11 Punkten sagst, oh, geil, dass ich 11 Punkte bekommen habe, ja, natürlich gibt es in dir dann keinen größeren Antrieb mehr, auf 12, 13, 14 Punkte mal zu kommen, ja. Das heißt, grundsätzlich stell dir erstmal die Frage, was ist für dich so an Noten normal, ja. Wenn für dich das normale ist, 14, 15 Punkte zu schreiben, wirst du auch immer wieder an diese Stelle hinkommen, weil, wenn du mal eine Klausur rausbekommst, die vielleicht dann 10 Punkte hat, ist für dich gleich, damn, wie konnte es sein, du verlierst alles versuchen, das Ganze zu verbessern, ja. Auf der anderen Seite, wenn für dich 9, 10, 11 Punkte normal sind, ja, wie gesagt, das ist vollkommen in Ordnung, wenn das so ist. Nur wenn du sagst, du willst möglichst gute Noten schreiben, ist diese Denkweise hinderlich, weil, wenn für dich 10, 11 Punkte schon wunderbar sind, welchen Antrieb solltest du noch haben, noch höher zu gehen. Ja, das ist so ein riesiger Unterschied, den ich zwischen den beiden Gruppen auch einfach merke. Dann, ein weiterer Aspekt ist auch, die Top-Schüler, die fokussieren sich nie darauf, was gerade schon vorbei ist, ja. Das heißt, ein Top-Schüler, und das gilt auch an diejenigen, wo es jetzt nicht nur um die Noten geht, sondern auch um den Stress und den Druck. Es gibt super viele von euch, die haben eigentlich das Potenzial zum Top-Schüler, schreiben auch oftmals solche Noten, aber ihr setzt euch dann so stark unter Druck, macht euch so viel Stress, dass ihr euch jetzt dadurch immer wieder versaut, die entsprechenden Noten zu schreiben und, oder euch zumindest in dem Prozess der Oberstufe gut zu fühlen, ja. Weil, die waren Top-Schüler, die wirklich richtig gute Noten haben und sich gleichzeitig noch gut dabei fühlen, was die sehr richtig machen ist, wenn die eine gute Note bekommen, dann erstens freuen sie sich darüber, ja. Die sagen nicht bei 14 Punkten, oh fuck, warum war das keine 15 Punkte. Ja, die haben trotzdem die Ambition, beim nächsten Mal vielleicht 15 Punkte zu schreiben, aber die machen sich nicht fertig dafür, dass sie nur 14 oder nur 13 oder nur 12 oder nur 11 Punkte haben, ja. Die verbessern aber trotzdem, gucken jedes Mal bei jeder Klausur, was kann ich daran verbessern, ja, um das Ganze dann nochmal besser zu machen, aber aus positiven Antrieb heraus, ja. Und dann gucken die im dritten Schritt immer nach vorne, ja. Und was ich ganz ganz stark merke bei vielen Schülern, die irgendwie das Gefühl haben, oh, ich kann nicht auf dieses Level kommen oder es ist voll anstrengend, dieses Level zu halten, dass sie extrem lange an Klausuren festhalten, die nicht so gelaufen sind, wie sie sich das vorgestellt haben, ja. Da bekommt man an dem Dienstag neun Punkte raus und am Freitag denkt man immer noch den ganzen Tag drüber nach, ja. Wo bei dem wahren Top-Schüler, das ist schon längst abgejagt, das fokussiert sich auf die Mitarbeiter, fokussiert sich auf den Test am nächsten Mittwoch wieder und solche Sachen, ja. Und viele Durchschnittsschüler finden auch immer manchmal in diesen nicht so guten Noten, die ja jeder mal schreibt, das heißt, ich meine, jeder schreibt mal eine Note, mit der er nicht so zufrieden ist. Aber viele Durchschnittsschüler, würde ich sagen, bleiben dann daran immer hängen und sagen so, ja, schau, zwei Wochen hatte ich ja auch in Mathe da die sechs Punkte und so weiter. Ach, scheiße, und ja, ich hatte in Mathe nicht so gut und so weiter. Ich hatte selbst in der zwölften Klasse mal noch sechs Punkte in der Mathe-Klausur geschrieben, ja. Aber ich habe mich als Motivation genommen, wieder wirklich Gas zu geben, habe mir wirklich angeschaut, wie konnte es passieren, was muss ich besser machen, habe in der nächsten Klausur dann in Mathe wieder 15 Punkte geschrieben, ja. Und im Abi dann 14. Und das ist halt super, super, super wichtig, dass ihr das versteht, dass es da einfach eine extrem starke Interferenz gibt. Und du musst wirklich selbst einfach herausfinden, was macht dich schon zu einem Top-Schüler, was macht dich noch zu einem Durchschnittsschüler, was ist der Unterschied dazwischen, ja. Und wie kann ich mich vielleicht in den Aspekten, wo ich noch mehr zu den Durchschnittsschülern gehören, dann eben auch zu den Top-Schülern verbessern, wenn das eben dein Anspruch ist. Wenn du das mit meiner persönlichen Hilfe schaffen möchtest, dass ich dir wirklich all die Dinge mitgeben soll, die mich dann gerade hinsichtlich meinem letzten Halbjahr der 12. Klasse und dann vor allem auch im Abitur wirklich zum Top-Schüler gemacht haben, der die, glaube ich, besten Abi-Prüfungen seiner Schule geschrieben hat, der Freizeit davor hatte, der Spaß an dem Ganzen hatte, sich keinen Druck gemacht hat, keinen Stress gemacht hat, sondern wirklich einfach Top-Noten geschrieben hat und sich einfach auch sehr gut dabei gefühlt hat, dann bewerb dich sehr gerne bei uns auch für unser Coaching. Dafür einfach den ersten Link in der YouTube-Beschreibung nutzen oder den ersten angepinnten Kommentar. Ich gebe dir da all meine Strategien exklusiv mit. Wir können das Ganze persönlich auf dich anpassen. Und da eben wirklich auch im Detail schauen, was brauchst du gerade noch, um wirklich auch so ein Top-Schüler zu werden, wie ich es gerade eben auch beschrieben habe. Deswegen, klick gerne auf die Denklichkeit, bewerb dich und dann wird sich mein Team bei dir melden. Dann schauen wir ganz konkret, wie wir dir weiterhelfen können und ob ich dich gegebenenfalls auch bald persönlich coache. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube eigentlich, wir beiseh uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo.